Moin Leute, zu einer Folge Minekraft Lüge 4 So, hallo, wie man sehen kann, ist es kein Microflüge 4 Gameplay im Hintergrund und ich nehme es einfach so auf, denn es sind zwei Sachen passiert, ein Microflüge Nein, ich bin nicht tot, aber, also, fangen wir einfach mal an So, als erstes ist etwas Schlimmes passiert, und zwar, der Gamer ist in der Lava gestorben Tja, Items, weg Lava Höhe, Lava Höhe ist immer das Beste Ich baue gerade Lava Höhe ab Ich habe irgendwie das Gefühl Ja, dein Gefühl Ja, 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 ich bin, du, Mensch Sicher? Nein Sicher? Ja, gut Nein Gamer! Bin tot, ich 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 bin tot! Nein! Nein Gamer! Und ganz offensichtlich, das zweite Problem, es hat bei mir nicht richtig aufgenommen Fug Deswegen muss leider so ein Video kommen Morgen Morgen Kommt wieder eine richtige Lübefolge Und ich will eigentlich keine unnötige Zeit verschwenden Das war's vom Video Abonniert meinen Kanal Liked das Video Also ich glaube, dass dieses Video nicht so viele Likes bekommen wird Da ist ein Schlechtes Video ist Ja Und bis zum nächsten Mal Ciao Leute Bis zum nächsten Mal